So, und damit herzlich willkommen zurück. Ich hab die Technik ein bisschen gecheckt. Es sind auch mittlerweile ein paar Stunden vergangen. Es sollte jetzt ganz in Ordnung sein. Ähm, ja. Wir befinden uns im Konvent. Davon steht Aneska. Die hat uns momentan aber noch nicht so viel zu sagen. Ähm, das hier ist unsere Truhe. Es gibt ja eigentlich drei wichtige Gegenstände. Das eine ist die Truhe. In der Truhe könnten wir Sachen ablegen, aber wir haben ja momentan noch nichts. Wir haben übrigens auch, ähm, noch wenig Gold. Ähm, an diesen Dingern speichert man. Normalerweise, wie gesagt, dank dem Patch... Ach nee, ich hab's noch nicht erwähnt. Dank dem Patch kann ich jetzt auch einfach im Menü speichern. Dieser Button existiert normalerweise nicht. Und, ähm, das ist... Im Bett können wir schlafen. Hier könnten wir, ähm, jetzt unsere Erfahrungspunkte einsetzen, um verschiedene Werte zu verbessern. So, aber wir sind ja noch alles ganz am Anfang. Genau, das ist es hier. Zu der Bedienung. Das hier wird später wichtig. Ähm, auch das werde ich gleich erklären. Das erst, wenn man sich in einer Gruppe bewegt. Also brauchen wir eigentlich nur das hier. Das ist eure Charaktertafel. Ähm, ähm, mit, ähm, Gesundheit. Menschlichkeit sehr wichtig. Maler und Glaube sind erstmal zu vernachlässigen. Das verändert sich später noch. Dann ist es nämlich nicht mehr Maler und Glaube und damit ist es jetzt erstmal nicht so wichtig. Für Menschen ist das halt entscheidend. Ähm, dann haben wir Körperkraft, Geschick und Widerstand. Ist klar für den Kampf. Körperkraft, wie viel Schaden ihr anrichtet. Geschick, wie viel Schaden ihr mit Bögen anrichtet. Oder, oder überhaupt mit Fernwaffen. Oder auch wie schwer ihr getroffen, also wie leicht ihr getroffen werdet. Widerstandskraft, wie viel ihr abkönnt. Ist schon klar. Ähm, Wahrnehmung, Intelligenz und Geistesschärfe. Hört sich schon danach an. Ist natürlich die typische Rollenspielmagie, die man braucht. Charisma, Manipulation, Unterscheinung. In Interaktion. Also ist wichtig, in Interaktion mit, ähm, ja, mit NPCs. Ähm, hier wird nochmal der Schaden neu berechnet. Man kann den Schaden durch verschiedene Sachen noch erhöhen. Schlag, tödlich. Schlag ist sozusagen stumpf. Die pure Gewalt tödlich ist besonders schlimm. Und außerdem ist tödlich Klingenschaden zum Beispiel halt für Vampire genauso tödlich wie für Menschen. Wohingegen Schlag sind Vampire leicht immun gegen schwer heilbar. So was wie Feuer, Elektrizität und so weiter. Kommt aber später noch. Und das hier bietet, ja, das stellt den elementaren Schutz dar. Sonne, äh, das weiß ich gerade gar nicht. Äh, Feuer, Elektrizität, Eis. Hm. Nachher Schutz vor Heiligkeit. Manche Menschen können das gegen Vampire einsetzen. So, dann haben wir das Inventar. Wir haben Waffe, Schild. Oder wenn unsere Waffe zweihändig ist, Waffe und Waffli. Was wird dann doppelt angezeigt? Genauso doppelt angezeigt wird Handschuhe. Also man legt einen Handschuh an und der gilt für beide Seiten. Man kann auch nicht zwei verschiedene anziehen. Man kann aber zwei verschiedene Ringe in diesen Feldern hier anlegen. Einen Helm aufsetzen und ein Amulett oder Kette tragen oder wie auch immer. Die kann entweder einfach aus Gold sein oder tatsächlich Wert erhöhen, weil sie magisch ist zum Beispiel. Ähm, sehen wir aber auch dann auch, wenn wir was finden. Disziplin-Tafel, momentan nicht wichtig. Wir haben momentan keine Disziplinen. Keine Disziplinen. Wir haben natürlich Disziplin. Und, ähm, naja. Unsere Auftragstafel. Befreien Sie die Silberminen. Ist immer sehr allgemein gehalten. Gut. Damit auch schon viel mitgeredet. Wir erkunden. Ich bete für euer Heil auf dieser so gefahrvollen Reise. Ich bete für euer Heil auf dieser so gefahrvollen Reise. Ähm, sorry, wenn ich gerade die ganze Zeit Doppelton hatte. Ich hab's jetzt korrigiert. Äh, das tut mir leid. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Ja, da kann man nicht hoch. Wir gucken uns einfach mal die Stadt an. Tja. Gut, wir sind also in Prag. Ich weiß nicht, ob die Tschechische Republik zu dieser Zeit schon so existiert hat. Ich denke mal eher nicht. Ähm, das ist die Kathedrale direkt daneben der Konvent mit Aneska, unserer großen Liebe drin. Naja, noch nicht, ne? Aber ich meine, man kann's ja schon ein bisschen erahnen. Äh, ähm, da geht's nach hinten. Das ist erstmal noch nicht so wichtig. Ähm, mit dem Menschen kann man verschieden viel interagieren. Mit diesem Statisten hier, der da völlig unbeirrt seinen Weg geht. Gott zum Gruß, Kreuzritter. Mit dem nicht, aber mit anderen. Gott zum Gruß, Johanniter. Es tut gut, die Stimme eines Landsmanns zu hören. Ah, das ist gleich eine Reddustvins vor Ort. Und ich wünschte, wir wären zurück in Frankreich. Sag das nicht. Wir sollten dankbar bis ans Ende der Welt ziehen, um unserem Herrn zu dienen. Einen guten Tag wünsche ich. Einen guten Tag wünsche ich. Ah, da fühlt man sich doch richtig, richtig christlich. Ähm, ja, wie gesagt, Charaktere, mit denen man noch nicht interagieren kann, wenn man später, ähm... Gott zum Gruß, Herr Ritter. Willkommen. Dann vielleicht schon. Man sagt, ihr wollt die Minen vom Unheil befreien. Oh, diese Dämonen brachten großes Leid über die guten Bürger Prax. Unsere Handwerker haben kein Silber mehr für ihre Waren. Viele brave Familien bangen um ihr Brot. Oh, das treibt mir die Tränen in die Augen. So, ähm, diesen Brief... Ach, das ist eine gute Stelle um den Brief mal... Nein. Ich werde den Brief jetzt mal kurz erklären, wenn es recht ist, weil es dauert echt doch einige Zeit, den vorlesen zu lassen. Ähm... Mein getreuer Christoph. Viel Spaß, Römer. Eurer Tapferkeit verdanken wir den Triumph in der Schlacht in den märischen Hügeln. Ich verdanken den Triumph in der Schlacht in den märischen Hügeln. Okay. Im Endeffekt, ähm... Ich brauch den Zettel nicht mehr. Im Endeffekt... Ähm... Gut gekämpft. Ähm... Wir sind jetzt irgendwo ganz anderswo. Ähm... Heiden jagen. Schön, wenn ihr wieder zu uns stoßt. Falls ihr überhaupt überlebt, wer weiß. Ähm... Kommt gut zurecht. Und wenn wir mal wieder in Prag sind, nehmen wir euch wieder mit. Das heißt, wir sind gespalten von unserer... Ja, von unserer Truppe. Und... Ja. Wir sind gespalten von unserer Truppe. Äh... Und können halt erstmal nicht zurück und sitzen hier in Prag fest und tun halt hier unser Bestes, um der Stadt einfach zu helfen. Und momentan haben die Probleme mit irgendwelchen Kreaturen der Dunkelheit. Was das wohl sein könnte? Ähm... Kreaturen der Dunkelheit in den Silberminen. Äh, Nordviertel. Ich geh grad falsch. Ähm... Genau. Ich könnte jetzt zum Schmied gehen und auch zu einer Zigeunerin. Die halt so magisches Kram hat und ähnliches und alles, was einem auch so gegen Vampire hilft. Aber wir haben momentan kein Geld, um das auszugeben. Daher spare ich mir das und zeig euch das auf einer Erkundungstour später, nachdem wir in den Minen waren. Wenn das in Ordnung ist. Und vor allem, wenn ich mich nicht ständig verlaufen würde. Verdammt nochmal. Das ist falsch. Hm. Naja. Da kommen wir her. Wir wollen nicht zur... Nicht zur Universität. Doch, wir wollen doch zur Universität. Verzeihung. Das ist die Universität, die wird später noch wichtig. Oh, man kann übrigens, was ich vorher nicht wusste, man kann auch Y gedrückt halten. Dann kann man, solange man das gedrückt hält, aus der Ego-Perspektive sich manche Sachen angucken. In manchen wenigen Situationen ist das nicht schlecht, aber es geht auch immer so. Kein Problem. Hütet euch vor den Minen, Kreuzritter. Wenn Menschen die Ausgeburt der Hölle töten könnten, hätten wir Johanniter das längst getan. Wir schließen diese Tore, wenn die letzten Sonnenstrahlen hinter den Bergen verschwinden. Geht hinein, bevor es dunkel wird. Oder bleibt draußen, bis es dämmert. Ich bete, dass ihr heil zurückkehrt. Boah, das hat Eier, oder? Mhm. Oh yeah. Komm zurück, komm nicht zurück, ist mir scheißegal. Okay. Was war das? Bin ich der Einzige, der das hat? Ah, okay. Wir haben schon mal ein Gegenstand gefunden. Äh, ja. Los geht's. Jetzt wird's spannend. Wir begeben uns in die Minen und hier ist schon lange nicht mehr alles so, wie es mal war. Ja, jetzt ist auch die Beleuchtung in Ordnung. Ich werde das mit der Helligkeit so lassen. Man könnte es ein bisschen dunkler machen, dass man an dunklen Ecken auch wirklich nichts sieht, wenn es eben dunkel ist. Aber ich glaube, das ist schlecht die Aufnahmen von daher. Der Stank des Todes. Okay. Lassen wir uns mal ein bisschen mehr ins Rollenspiel sinken. Okay. Gott weiß, habe ich das lange nicht mehr gespielt. Schön, ich habe keine Ahnung, was passiert hier. Diese arme Seele starb ohne Wunde. Außer etwas Blut an der Gurgel. Ja, sehr toll. Boah, ist das hässlich. Also einerseits wegen der schlechten Grafik und andererseits, weil es einfach hässlich ist. Oh mein Gott. Dolch, ja. Ach. Ich sammle jetzt mal alles ein. Wir können jetzt einfach mal alles einsammeln, was hier so kreucht und fleucht. Wir haben ja kein Geld und müssen jetzt mal jeden Müll aufsammeln und das am Ende sammeln. Äh, also gesammelt dann verkaufen. Ah, Moment. Ich habe gerade technische Probleme. Es fängt alles an zu knattern, weil mein Handy nämlich klingelt. Gut, dann muss ich mal kurz Pause machen. Ihr merkt wahrscheinlich einen Schnitt, bin sofort wieder da. Boop.